Und jetzt weiter? Hier lang? Cool. Ich checke die Umgebung von diesem Punkt aus. Du gehst vorwärts. Ich bin der scheiß Sniper! Ich muss auf die erhöhte Position, du Flachwichser. Meine Fresse. Komm, ich sehe vor uns ein paar verteilte Posten und diesen gut geschützt. Lass dich von dem nicht rund machen. Dann haben wir einen Scharfschützen dabei. Keine Ahnung wer oder was mich jetzt gesehen haben soll. So, komm, jetzt will ich keinen Fehler machen. Oh, ist roter Punkt. Ich will keinen Fehler haben jetzt. Schön, sauber und ruhig. Dafür braucht ihr jetzt keinen roten Punkt. Ich habe jetzt ungefähr die Scheiße kompuliert. Zack, da ist es. Gar kein Problem. Ich weiß. Jetzt muss ich auch noch die Treppe runtergehen. Fahrzeug auf 12 Uhr. Links zum Gebäude. Ich weiß. Äh, ich kieße, wenn ich... Ich kieße, wenn ich jetzt wieder rausz... Ich bin gerade nicht so gut. Ei, 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 ei. Was für ein Bullshit. Jetzt? Ach, sind sie runter. Boah, schön abgehauen. Elikopter, er sucht das Gebiet ab. Versteckt euch. Bleibt dort bis er weg ist. Okay. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Arschloch, siehst du mich nicht? Ich bin ein Pokémon. Ich bin ein Ninja-Pokémon. Wenn jetzt jemand da langlauft, kommt ich um plötzlich raus. Das ist sowieso die Sinnlosigkeit bei Pokémon, ey. Weißt du was? Kommen wir wieder zur Ruhe. Na los, irgendeine... Ey, es ist so zum Heulen mit der Sniper. Er ist vollkommen normal. Er hat keine Energie verloren. Und trotzdem schwenkt der aus. Wie blöd, wenn ich die Luft anhalte. Wie dumm ist das? Jetzt gehe ich nur ein paar Schritte und der ist schon wieder voll aus. Junge, ich gehe normal. Bist du nicht verarschen jetzt. Neck mich doch im Sack, Alter. Hm? Feind geradeaus. Er hat sich geballert. Das Herz soll sich ja mittig befinden. Kontakt, dieser hier ist meiner. Und jetzt? Alles mit dieser Impulsanzeige ist das echt relativ bescheuert. Ganz ehrlich. Scharfschützen haben in beiden Türmen Position bezogen. Müssen uns erst um sie kümmern. Verstanden. Zeig auf sie. Scharfschütze, rechter Turm, Erdgeschoss. 450 Meter bis zum Ziel. Ich bin noch 30. Loser. Ich sehe ihn. Es ist zum Heulen. Meine Fresse. Wir wurden entdeckt. Angreifen. Nein, hier. Ich bin hier. Bader mich ab. Los. Beeil dich doch mal, du blöder, schwanzlosender Hurenpisten. Ich sag, sag. Verdummte Kacke hier. Mein Gott. Kriegst du mich nicht kalt oder was? Ich stehe immer noch hier. Ich will wirklich nicht. Danke. Dauert jetzt. Was für eine Scheiße ist das eigentlich? Du bist bei 60 Puls mäßig. Visierst an und bist unplatzlich nicht mehr in der Lage die Luft anzuhalten. Sinnlos, ey. Weg da mit diesem scheiß Schädel. So, lauf jetzt. Kontakt. Dieser hier ist meiner. Ja, make it real. Piss Scheiße hier, ey. Das geht doch. Das geht so nicht, ey. Ganz ehrlich nicht, Leute. Guck mal, ich gehe hier geduckt und erst mal, der steigt hoch. 85. Interessant. Interessant. Wir müssen uns erst um sie kümmern. Verstanden. Zeig auf sie. Und jetzt halt er ruhig, oder was? Der rechter Turm, Erdgeschoss. 450 Meter bis zum Ziel. Ich sehe ihn. Alter. Mittlerer Turm, Obergeschoss. Entfernung 550 Meter. Ich sehe ihn. Der letzte ist weiter weg. Lasst dir Zeit. 820 Meter entfernt. Dritter Turm. Oh, das war nicht gut. Das war nicht schlecht. So, roter Punkt. Und. Geil. Scheiße. Mach ihn alle bevor wir jemanden alarmieren. Sieht so aus. Sieht so aus. Lasst uns abhauen. Meine Fresse, ey. So. Bis jetzt. Halt. Suchscheinwerfer auf 12 Uhr auf der Brücke. Nicht ins Licht gehen. Wartet ab. Wieso wartet ab? Warte ab, du. Aus ihm ist er voll drinnen. Und jetzt los. Hinter die Mauer. Entdeckung. Nicht rühren. Wir sind gefährlich nah dran. Lass den Suchscheinwerfer nie aus den Augen. Ei, 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 ei. Mir nach. Make it real.